Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu SPAY, Dyson Sphere Program, in dem wir gerade so ein bisschen Probleme haben, weil wir auf den Pläden zu wenig Zeug haben, aber... Indikator setzen. Ich hoffe mal, dass der andere Planet bereits ein bisschen was bekommen hat. Wobei, ich hoffe es einfach mal ja. Ich hoffe es einfach mal ja. Warpen, los geht's. Dieser Sektor muss uns gehören, aber sowas von. Hup, Hallöchen. Bitte sage mir, du hast was bekommen. Oh, 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 Hallöchen aber auch. Einmal nein. Ja, du hast Raketen bekommen. Her damit, tausend Stück. Passt soweit, das brauchen wir nicht. Ähm, das braucht... Habe ich davon noch? Ich habe noch genug davon, okay. Gerade noch so, die retten die Idee gehabt hier. Ähm, Indikator setzen. Wir fliegen zurück. Oh je, oh je, bitte, 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 lass es noch am Leben sein. Sonst wäre es nämlich echt unschön. Ein bisschen Gas geben, wir müssen aus der Umlaufbahn raus. Jetzt da. Kurz einen Mini-Warp-Sprung machen. Ähm, nee, da müssen wir nicht hin. Die andere Seite müssen wir. Wir müssen immer auf die andere Seite. Wo bist du zu Hause? Da sind wir zu Hause, Hallöchen aber auch. Und wir sagen bitte, rein da. Zack. Versorge mir alles und jeden. Ihr habt keine Verbindung darüber, so wie ich... Was? Moment. Es ist gerade ein bisschen unschön, was hier los ist. Wir stellen dich mal darüber hin. Auch nicht. Warum nicht? Die unteren müssten doch eigentlich bestromt sein. Und da habe ich irgendwo einen Fehler reingemacht. Ja, da ist es. Okay, heute. Da haben wir einen klitzigen Fehler drin, da im Aufbau. Jetzt da. Strom ist da. Wir werden auch angegriffen. Wenn sowas von da... Ja, wir greifen aber auch an, beides. Wir werden angegriffen und greifen an. Passt soweit. Ich bin da. Ich helfe mit. Wir haben so quasi ruckartig gerade alles. Es reicht nicht für einen Megaangriff aus, aber... Ja. Können wir denn... Wollen wir denn dich hier? Zack. Hinbauen. Eventuell mal hinbauen. Das ist ein bisschen Strom, was wir haben. Komm schon. Irgendeiner von den Drohnen muss doch mal herkommen. Jetzt da. Vielen Dank dafür. Die Kanone soll bitte auch noch weg. Das wäre ganz toll. Weg ist sie. Habe ich ein Geographwerk gehabt? Ich habe noch eins übrig. Wunderbar. Ja, mit dem Strom. Jedes bisschen konstanter Strom ist gerne gesehen. Weg und weg. Verbindung ist aufgebaut. Wunderbar. Strom ist da. Minimal ist. Tun wir auch wirklich minimal ist. So hin. Bau auf, bau auf, ihr Bibi, Bibi. Noch ein bisschen mehr. Komm, 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 komm. Eis erledigt dadurch. Jepp, Eis erledigt. Okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht mehr. Kann ich noch ein weiteres Thermalkraft aufbauen? Ein einziges. Jepp. Eins geht. Okay. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann seid ihr nämlich auf jeden Fall versorgt. Gut. Wunderbar. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. So, Tle. Habe ich alles, was ich benötige? Jepp. Ich habe selber keine Raketen mehr, leider. Aber dann sagen wir einfach mal, wir holen welche. Einfach nur, dass ich mal welche wieder in petto habe. Dankeschön. Und wir greifen den Haif hier an. Ich würde gerade sagen, wenn ich das jetzt hier als Indikator machen kann. Ist das möglich? Jepp, das ist möglich. Ich sollte mehr als genug haben. Wupp. Um ihm eins reinwirken zu können. Schauen wir mal kurz ein bisschen hin. Warpen. Hi. Ich bin hier. Schauen wir doch mal. Wir fliegen ganz vorsichtig hier dran vorbei. Er ist bei euch nicht so groß. Oder hat so viel wie die anderen bisher. Deswegen denke ich mir, könnten wir relativ gut hier vorbeikommen. Ja. Macht sie kaputt. Wir sind auch. Erb, wir können direkt so rumfügen. Was soll's? Ich sollte genug im petto haben. Jepp. Energie ist auch genug da. Auch vom guten Stoff ist genug da. Jepp. Probleme gehen gegen Null. Dieser Sektor gehört uns. Aber sowas von. Direkt reinfliegen. Hat er nur irgendwas wegschossen? Irgendwelche Sonden oder sonst irgendwas? Glaubt nicht mehr, oder? Nein. Der Hive wird von uns gerade Stück für Stück aufgehoben. Ich liebe diese Ansicht. Das ist einfach nur herrlich. Energie ist genug da. Okay. Wir gucken mal kurz. View. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Ist hier noch irgendetwas? Auch nicht mehr. Das heißt, wir hätten dann einen weiteren Sektor quasi befreit. Wunderschön. Also, was nicht so wunderschön ist, ist die Tatsache, dass uns noch quasi... Moment. Irgendwo ist da keiner abgehauen. Ich hab's gesehen. Wo ist er? Wo ist er? Die Karte da runtersetzen? Ah, ich seh's. Ich sehe dich. Ich habe dich gesehen. Schauen wir doch mal. Du bist schnell unterwegs. Und du wurdest abgeschossen, so wie es ausschaut. Okay, wunderbar. Dann müssen wir uns darum nicht mehr kümmern. Wir können sagen, ein weiteres System ist in unseren Schoß da durchgefallen. Ansonsten hat gerade nichts da. Nein, das kann sich gar nicht ausbreiten. Das ist schon mal gut. Perfekt, perfekt. Indikator ist gesetzt. Ab nach Hause sind wir. Wir haben das große Problem. Munition. Das ist wirklich ein interessant großes Problem. Ja, jetzt müssen wir auch noch aufbauen, oder was soll's. Passt schon. Im Bestfall brauchen wir in diesen Sektor gar nicht mehr zurückkommen. Außer vielleicht für ein paar Rohstoffe, aber... Ja, guck mal, was soll's. Passt schon. Wo sind wir denn zu Hause? Da, ja. Aus dem Warp, aus dem Sinne so quasi. Wir sind wieder zu Hause. Sind wir denn auch schon richtig? Ja, das ist so gut wie. Wunderbar. Bin da. Habe ich was verpasst? Ich wahrscheinlich eher weniger. Munition. Munition. Wo stellen wir Munition her? Da nicht, da nicht. Ich glaube, ich bin direkt dran vorbeigeflogen. Ja. Ich hätte andersrum fliegen sollen. Ach, ich bin... Ah, warte, ich bin im Süden hier. Das erklärt so einiges. Das erklärt wirklich so einiges. Dann ist nämlich die Munitionsfabrik irgendwo hier hinten anzusiedeln. Ja, da sind wir zu Hause. Wunderschön. So. Ihr habt alle gerade Probleme, weil ihr hiervon zu wenig bekommt, stelle ich gerade fest. Viel zu wenig sogar. Okay. Das müssen wir verbessern. Können wir das da hin machen vielleicht? Theoretisch ja. Glaube ich. Wobei... Ah. Ne, das läuft immer noch hier. Unschön. Jetzt immer noch zu viele Sachen, die hier abgebaut werden. Okay. Dann stellen wir es da oben nochmal hin. Wenn du da mehr Glück und könnt es kopieren. Das wäre natürlich das Schönste vom Schönen. Du hier bitte. Einmal mitkommen. What's now? Ähm... Definitiv hierhin stellen. Passt. Bauen wir alles hin. Haben wir noch ein bisschen Bodenplatten übrig? Hier haben wir. Bitte einmal vollstellen an der Stelle. Das passt. Alles in eine Richtung, bis auf dich hier. Das ist in Ordnung. Sagen wir nämlich, du bist da rüber hin. Du kommst da rüber hin. Du kommst da rüber hin. Ähm... Du kommst rüber. Du komm... Na kommst du ja. Du kommst rüber und du kommst so rüber hin. Solle. Das passt da Luft. Davon brauchen wir jetzt noch ein paar Stück. Und zwar genau zwölf. Das ist vielleicht noch ein paar weitere, wenn wir es richtig hinstellen. Aber die haben wir ja. Das Gute, das haben wir bereits. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, das müssten wir aber. Dies müssten wir aber. Und ich wollte noch gucken. Wir sind momentan auf 60% in der Schlechterwerden. Das ist ja auch was, was mich nicht wundert. Ich habe einfach zu viel hier. Zu viel und zu wenig Energie. Die haben wir auch gesteigert. Und da sagen wir mal einfach dich mitnehmen. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir müssten euch hier ein bisschen besser... Ein bisschen weiter ausbauen eigentlich. Und die andere Seite, eins von beiden. Vielleicht noch entlang des Äquators noch ein bisschen was hingestellt. Das wäre auch nicht mal so das Verkehrliche. Sagen wir es mal so. So, gucken wir nochmal. Ach, guck mal her. Da können wir sogar noch drei Stück her von der Sorte. Okay. Gefällt mir. 1, 2. Und es geht da nicht, weil... Wir hier noch Probleme haben. Du kommst noch darüber hin. Du kommst darüber hin. Du kommst darüber hin. Damit müsste es klappen. Yep. Pi mal Daumen, ja. Dann sagen wir, wir brauchen Strom bei euch. Ja, das ist wichtig. Die erste Hälfte. Das ist alles versorgt. Ihr noch nicht. Jetzt aber ja. So, theoretisch hat keiner mehr von euch Stromprobleme. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir brauchen hier einiges an Zeugsel. Damit es überhaupt funktionieren kann. Solle. Ihr bekommt... Kommt die hier, die hier, die hier. Kann ich das irgendwo rein machen? Ach, guck mal. Was läuft denn hier da doch eigentlich? Das ist euer Endprodukt quasi. Okay. Kommt denn sonst noch was raus? Ihr seid markt 3. Ach, hier fehlt es an Kohle. Ah, Heidewitzka. Okay, die mahnt. Jetzt da. Hehehe. Ja. Dann kann hier auch nichts passieren. Dann kann hier sowas von überhaupt nichts passieren. An der Stelle. Die Lage fühlt sich massivst jetzt wieder. Vielleicht hat das jetzt auch schon ausgereicht. Das kann recht gut sein. Bitte so noch hinstellen. Dass du auch quasi bei dem ganzen Spaß hier mitmachst. Ach, halt ne. Ja, ich weiß schon, das ist aufgeladen. Deswegen tun wir es so rum rein und jagen. Ah, ist in Ordnung. Ah, ist in Ordnung. Rein damit. Zack. Dich, hör mal. Dich, hör mal. Der Rest der Kohle kommt. Au. Nein. Zack. Behalten. Au bei. Moment. Euch schon. Ihr könnt hier bleiben. Das ist in Ordnung. Der Rest produziert. Macht und tut. Wunderbar. Mark 3 haben wir schon gesagt. Kappt sind drinnen. 21,5 pro Minute. Können wir doppelt so viel versorgen. 1,2,3,5,6. 4,5,6. Das heißt, zwei Einreihe kann das machen. 1,2,3,4. Das dürfte ein bisschen zu viel dann für die Anlage werden. Ist mir egal. Ah, ein bisschen ja. So ein bisschen zumindest. Wir könnten noch sagen, wir möchten dich nutzen. Einmal querfett einen hier drüber fahren. Das wäre dann mal so verkehrt. Und du würdest dann bis nach da hinten gehen. Okay. Ist bloß eine Linie, die hier durchgeht, so wie es ausschaut. Nein, die zweite ist auch da. Zwei für außen und eine für innen. Okay. Dann bist du einmal umgedreht. Wunderbar. Und gehst du dann darüber hin. Antriebe. Wo hat man es denn? Hier. Da rein damit. Das gleiche machen wir mit dem anderen auch noch. Das mal einfach sagen. Kollege. Das kommt alles hier rüber. Ingefähr mal bis hierhin. Warum sind eigentlich drei Linien jetzt da unten dran? 1,2. Hm. Bin gerade leicht verwirrt. Du ziehst was hier. 1,2. Und tust du das hier ausspucken. Du siehst. Äh, drei Ressourcen hier. Drei Ressourcen. Ach, ich bin doof. Ja. Mittig wird es ausgepumpt. Alles gut. Alles gut. Ich bin einfach nur dumm. Ich bin einfach nur dumm an der Stelle. Ähm. So. Und ab nach dahin. Hätte man nämlich. Das auch geklärt. Ich würde sagen. Bitte einmal da reinstellen. Wunderbar. Und das was rauskommt. Fließt dann. Auch da hin rein. Das kann man dann auch noch gleich machen. Davor noch aber sagen wir. Das Öl. Fließt bitte einmal. So rum hin. Und dann. Und einmal. Wir müssen uns ja gerade selber gucken. Einmal nach oben gebaut. Irgendwie zumindest. So. Dann sagen wir. Du. Ist nach da unten hin. Es ist unschön. Aber es funktioniert. Nummer zwei. Und jetzt fehlt noch die Linie Nummer drei. Wenn ich das richtig sehe. Hier. Nummer drei fehlt hier noch. Und zwar komplett an der Stelle. Ich bin doch darum rein. Halt. Das war jetzt. Dich hier. Quasi einmal. Durchziehen. Bis fast nach hier oben. Dich auch neu einstellen. So. Jetzt passt. Drei Stück hin. Drei Stück hier. Wunderbar. Die zweite Linie. War das Aluminium. Da können wir dann sagen. Kollege. Du gehst darüber. Du gehst darüber. Einmal so rum. Und darum nein. Wunderschön. Ähm. Damit. Dann hat man Nummer eins versorgt. Nummer zwei. Ist hier unten. Dann bekommt genau die gleiche Aufmerksamkeit. Das sagen wir nämlich dann erst mal so hin. Eins. Zwei. Ah. Okay. Erst mal einmal nach oben. So wie es ausschaut. Jep. Dann so rum hin. Eins. Zwei. Dann sind wir richtig weit oben. Das passt soweit. Einmal so. Bis ganz nach da. Unten. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Wenn ich mir das mal so angucken darf. Ob das passt. Jetzt fehlt mir die Fließbänder. So ein bisschen was ausgegangen. Habe ich eigentlich. Ah hier. Die noch vorhin es machen. Fließbänder. 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 Fließbänder sind hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Passt soweit. Der Rest kommt. Wenn er kommen muss. Und damit sollte man eigentlich wieder. Keinerlei Probleme haben. Man geht nur Munition für alles und für jeden. Wir sagen du hier auch einmal nach oben. 1, 2, 3. So. Direkt oben drüber das Ganze verlaufen lassen. Mit hier hin. 1, 2. Kann man schon mal ein bisschen nach unten fahren. Und dann sagt man noch nach darüber. So. Dann hätte man dich nämlich auch soweit fertig. Und schlussendlich darf dann alles. Ähm. Muss gerade mal gucken. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Wir müssen da rüber. Äh. Interessant auf jeden Fall. Dorthin. Dann gehen wir einmal hier rüber. Einmal dort rüber. Nicht einmal noch nach unten gehen. Hier habt es heute hin. Und hier komplett nach unten hingehen. Passt. Sieht's passt und hat Luft. Und wir können sagen. Du gestern. Hoppale. Und das Ganze wird hier weiter verfrachtet dann. Jep. Wir nehmen noch die Antriebe. Kohle ist jetzt aber da hoffentlich. Hose ich sowas von da. Ähm. Dann könnten wir auch sagen. Das ganze System könnte klüge aufgebaut sein. Mit dem einfach direkt sagen. Kollege. Weg damit. Wir möchten das Ding hier. Darüber sehen. Und wir möchten. Das Ding hier ist soweit mal wegsehen. Und dann sagen wir einfach. Wir hätten gerne. Irgendwo dich hier drin eigentlich. Dankeschön. Und werden das da drüben hinstellen. Aber sowas von. Ähm. Das geht hier nach oben. Müsst es eigentlich nicht. Aber. Ja. Komm was alles. So fahren wir es hin. Kohle kommt hier mittig rein. Der Rest kommt hier außen raus. Irgendwie zumindest. Das tue ich mir gleich noch ausdenken. Ähm. Du mein Freund. Dorthin. Und wenn wir es schon mal haben. Bam. 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 Yep. Haut hin. Und dann sagen wir dich einmal unten drunter. Und dann nehme ich hier quasi nochmal. Ein bisschen extra Produktion. Wo ich nicht nein dazu sage. Go. 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 Äh. Haben wir dich irgendwo hier drin noch. Yep. Vor allem kann ich hier reinschmeißen. Alles hat Strom. Ähm. Wir möchten bitte einmal. Hier. Seitlich hinfahren. Yep. Das passt. Damit du hier rauskommst. So. Es macht das Band voll. Und dann sagen wir bitte. Wir möchten. Ähm. Hier ein Kisch drauf machen. So dass wir mit dem hier einmal. Vorbeikommen können. Richtung dorthin. Äh. Mit rein und rein. Das schaut schon mal besser aus. Schon mal viel besser aus. Und das gleiche auf der anderen Seite auch noch mache. 1, 2. So. Haut das hin. Ja. Das haut ebenso hin. Herr herrlich. Ähm. Wollen wir dich gehabt hier. Nein und nein. Ähm. Fast richtig stelle ich fest. Fast richtig. Ich wollte natürlich von da nach da rein machen. Mir fehlt eine Ebene noch. Stelle ich gerade fest. Ein bisschen zu klein das ganze gebaut. Moment. Jetzt müsste es aber passen. Ich hätte eigentlich gedacht ich wäre davor schon richtig gewesen. Aber ja. Was soll ist. Was soll ist. Ähm. Alle man da rein. Und bitte. Ihr hier. Jetzt da. Bis auf der eine der bleibt da hängen. Aber was soll ist. Was soll ist. Ihr kommt rein. Ihr kommt rein. Ihr kommt ebenso rein. Es wird ein bisschen was gemacht. Hier wird ein bisschen mehr rausgepumpt. Genauso wie hier. Ihr haut doch alle was raus. Yep. Es ist auch ein besserer Flow auf jeden Fall. Es läuft. Es läuft. Das wird nicht voll. Aber. Ihr hinten seid noch ein bisschen langsamer. Ein kleines bisschen langsam. Aber es wird besser. Sagen wir mal so. Es wird besser. Jetzt sehen wir nämlich auch endlich mal wieder einen Fortschritt. Das war davor nämlich überhaupt gar nicht der Fall. Ähm. Können das nur noch weiter ausbauen. Aber. Wobei. Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil ich glaube die brauchen wir auch für euch hier oder? Ich habe für beide. Ist eigentlich funktioniert. Funktioniert das andere auch nicht. Ja. Komm. Was soll's. Können wir noch machen. Ähm. Wir sagen einfach dazu. Hey Kollege. Komm mal her. Beziehungsweise anders. Wir möchten gerne das Ding hier weiter ausbauen. So weit rüber. Ach da ist ein kleiner Buckel drin. Okay. Okay. Anders. So rüber. So rüber. Wunderbar. Und so rüber. Jetzt da. Noch einmal. Diese Linie. Bitte einmal durchziehen. Bitte einmal durchziehen bis dorthin. Diese Linie einmal durchziehen bis dorthin. Und das Ding hier. Muss weg. Das hat so keine Chance momentan. Ähm. Wie wäre es denn mit direkt. Darüber rein. Wunderbar. Sieht es passt. Und hat Luft. Wie gesagt. Die bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Weil wir jetzt ja unsere besseren haben. Die hochgepushten Pysorte haben. Aber was soll's. Wir behalten es trotzdem noch. Sorte. Du hier. Mitkommen. Würde mal sagen. Es passt soweit. Oh yeah. Bis ganz nach hinten geht alles durch. Alles produziert. Jetzt sollte man genug haben. Würde ich mal behaupten. Jetzt dürfte die Anzahl deutlich nach oben gehen. So. Das heißt. Raketenproblem ist mal für den Moment gelöst. Mit Hunger für den Moment natürlich nur. Kohle, Raketen hier und dort. Das ist schon in Ordnung soweit. Das Ding wird hier auch noch befüllt werden. Haben wir hier gerade alles? Ja. Hier haben wir auch alles. Es muss immer geforscht werden. Egal was. Es muss geforscht werden. Ich nehme mir liebend gerne nochmal einen Brocken hiervon mit. Das wäre ganz toll. Und ansonsten schmeißen wir was weg. Eigentlich ja weniger. Ah wobei. Doch, 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 doch. In dem, oder beziehungsweise, wir schmeißen nichts weg. Wir nutzen das einfach nur anders. Und zwar einmal dich hier. Und einmal dich hier so. Jetzt sind wir da schon mal im Reinen. Dich hier haben wir auch noch übrig. Da ist Energie bis zum Umfallen. Wir besitzen zu wenig Solarpanels auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise. Bisschen besser ist geworden. Hm. Stimmt. Da war noch was komplett anderes. Ähm. Ich muss mal kurz was machen. Eine Kleinigkeit. Da ist es fair und schön und gut. Aber. Wir haben da noch was anderes. Indikator ist gesetzt. Einmal hochfliegen. Ich habe da eine Kleinigkeit vor. Einmal Gas geben. Ich glaube es war der dritte Plan. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich denke mal ja. Ich habe das immer richtig. Wo ist denn meine Fabrik diesbezüglich? Wir werden gleich sehen auf was ich hinaus möchte. Ähm. Abbaugebiet ist schön und gut. Die müssen wir uns auf jeden Fall rantrauen. Noch mehr Abbaugebiete. Ganz wichtig. Ähm. Bist du? Nee. Es sind grundlegende Materialien. Das ist in Ordnung. Wir. Wartit. Tarn. Was haben wir so? Ist da? Wir haben die. Pheromone hier. Einmal rumsprühen. Das ist wunderschön. Supply war hier. Du auch. Du auch. Du auch. Waschst du? Nein. B. Ach. Ja. Ich bin ja auch deppert. Bin ja auch deppert. Da haben wir auch genug. Ähm. Da komme ich auf eine Idee noch. Und zwar. Mal so. Wird es sich auch noch gerne mit drin. Saft. Entweder oder. So. Dann machen wir es auch noch mal. Das sagen wir einfach mal. Genau an der Stelle hier. Einmal drumherum. Das Programm hat echt Probleme damit. Direkt bis zum Mitteis zu machen. So wie es auch schaut. Hm. Okay. Dann ist das halt nicht mit drin. Aber der Rest dafür. Das ist unsere. Polar. Solar. Ach Gott. Ich hab. Ah. Ich war noch im Warp drin. Polar. So. Klar. Energie. Dann hätten wir die zumindest nochmal. So. Dankeschön. Und. Safe Blueprint. Dankeschön. Das wollte ich noch machen. Bevor wir auf die andere Seite gehen. Ich glaub langsam echt. Bin ich echt am falschen Platz angekommen. Ist ein bisschen arg und schön. Ähm. Kann man denn davon noch irgendwie ein paar welche machen? Nein. Das ist tatsächlich der falsche Planet. Okay. Einmal im falschen Planet angekommen. Ähm. Dann bist du hier hinten. Irgendwo. Kriegt man dich. Dann bin ich hier durchstarten. Nach oben. Hallo. Jetzt da. Wird ich grad sagen. Es geht ja so nicht. Einmal ein bisschen Gas geben. und 3, 2, 1 Warp Energie aktiviert. Das ist schon wieder viel zu lange in unserem Heimatsystem. Es muss erobert werden. Ah. Der schaut mit. Der schaut. Ja. Da sind wir zu Hause. Hier wollte ich doch hin. Hallöchen aber auch. Wir haben hier eine Idee. Wir sagen hier einfach mal. Kollege. Komm mal her. Wir stellen dich nochmal hier hin. Ähm. Wir können auch gleich noch sagen, wenn wir hier sind. Das Ikonohr. Kann man mitnehmen. Und du sollst auch das hier anbieten. Du bekommst dafür das und das hier zur Verfügung gestellt. Das können wir da auch mal reinschmeißen. Und. Warp. Okay. Die holen das alles. Aber du brauchst noch Warp auf jeden Fall. Wobei. Eigentlich nein. Das brauchst du gar nicht. Das brauchst du gar nicht. Was du aber wiederum brauchst. Ist hier überall Strom. Das ist noch wichtig. Ah. Wollte grad sagen. Es stellt sich gerade ein bisschen. Jetzt dappert raus. Wo ich es hingestellt habe. Aber was soll es. Was soll es an der Stelle. Ich möchte bitte. Dass wir hier. Direkt. Also hier reinschmeißen. Wunderbar. Alles zum Supply. Weg. Weg. Und weg damit. Brauchen wir alles nicht mehr. Und wir sagen auch noch. Wenn wir schon mal da sind. Guck mal. Achso. Das ist zu nah dran. Ernsthaft. Jetzt da. So haut es auf jeden Fall hin. Nein damit. Ein bisschen Strom noch hinstellen. Und gut ist. Sonst noch irgendwas kann dagegen. Wenn wir schon mal da sind. Nicht wirklich. Wenn ich das richtig sehe. Na gut. Sollte. Auf jeden Fall. Machen wir davon genug. Ähm. Wollst du Lehrer. Du machst gerade nix. Ihr produziert immer noch. 5,6. 7. Na gut. Wenn ihr ein bisschen produziert. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Was ist denn. Wenn ich sage. Hey. Ich mache das noch größer. Und das noch größer. Und das schmeiß mal so rum hin. Das war nett. Das wollte ich noch hin bauen. Und einmal dich hier. Und einmal dich hier. Ich brauche jetzt ziemlich viel Zeug für das ganze Jahr. Aber es ist wert. Es ist wert. Solle. Wir sagen hier nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Solle. Zack. Dann haben wir die Produktion hier auch erhöht. 7 pro Minute. Bisschen mehr. Bisschen weniger. Ja. Das dürfte es sich schon irgendwie geben. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Dass das klappt. Und. Jetzt zeige ich euch. Weswegen ich das ganze mache. Wir fliegen einmal kurz nochmal zurück. Indikator. Einmal bitte Flugmodus. Ja. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Überstunden auf. In dem Zahl. Was soll's. Die 2. Minuten sind es mir wert. Solle. Wir fliegen einmal. Wo sind wir denn zu Hause? Ja. Ja. Ich sollte nicht dran vorbeipflegen. Fähigkeit aus. Solle. Hab ich denn irgendwo. Wo ist denn die Forschung? Wir sind gar im südlichen Bereich. Ich hab ein bisschen nach oben. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Haardüchen. Dankeschön. Irgendwo müsste es jetzt die Chance geben. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Auf ein Gebäude. Was ich suche. Müsst ihr drin sein? Ja. Da ist es drin. Künstliche Sonne. Das würde es nämlich helfen. Dann gehen wir nämlich kurz rüber. Und sagen einfach mal. Kollege hier. Äh. Eigentlich nein. Okay. Wenn es nicht da ist. Ist es vielleicht hier circa. Die auch nicht. Ich denke. Ich hätte irgendwo noch einen Turm übrig. Wo eigentlich so gut wie nichts gerade reinkommt. Wo man quasi nutzen könnte. Ah hier. Du hier kommst mit. Zack. Die mahnte mal alles. Wunderbar. Und dann sagen wir einfach mal. Wir betonieren hier eine kleine Fläche. Einfach weil es schön ist. Beton ist eine schöne Sache. Sich dich, 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 dich und dich hier hin. Dann schaut es auch noch was aus. Nachher nicht viel, aber etwas. Und ich möchte einfach mal. Das wird den da hinstellen. Und dann sagen wir einfach mal. Hey Kollege. Ich möchte das hier. Kann man es nicht einfach so einführen. Das geht nicht. Schauen wir doch mal. Wo ist es denn da hier? Zack und zack. Das musst du so machen. Was soll es? Es kommt alles. Und eventuell muss ich sogar noch. Das ganze. Sagt es mir noch bestromen. Ich habe doch was bei mir. Jepp. Ich habe doch ein bisschen was übrig. So. Nein damit. Künstliche Sonne wird gemacht. Dadurch haben wir alles. An der Forschungen. Generieren wir Strom. Jepp. Ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ah, wenn wir das noch ein bisschen steigen könnten. Ja, das ist was. Ja, bauen wir ein paar Stückchen. Beim nächsten Mal. Aber macht es gut. Questo. Und wir machen uns zusammen. Und wir machen uns с EXPECTIBrús. Und wir machen uns Kolleginnen und unsere interconnected이야. Und wir machen uns mehr alscover, wir bakın uns zeigen. Und wir machen uns Compan default. Wir machen uns Fragen wie Future mal. Und wir machen uns zu sehen. Vielen Dank.